Tag 3 und alle haben super guten Appetit und sind mit Vehemenz dabei Ja, alles ist gut. Lilli darf bloß sich zu nahe kommen, der wird hier schümmert. Alles gut, du machst das prima, wunderbar teilweise versteckt und alles wird geputzt und gepflegt. Da ist der Avellino, unser braun Zubel. Da ist der Aaron mit dem Herz auf dem Kopf Die Einzelbilder kommen die nächsten Tage. Wir grüßen euch heute wieder aus Brandenburg, aus dem Schönefeld und wünschen euch eine wunderbare Woche. Bye, bye